Noch 15 Sekunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Start. Wieder Abbruch. Also das Hauptproblem ist, dass alle versuchen, von Luz hier einzutauchen. Das ist eigentlich das Hauptproblem des Südels. Alle versuchen, von hier oben noch zwischen die anderen Tonnen hochzufahren. Wenn da einer mal wirklich anzieht und zur Tonne hinfährt, können 15 Boote nicht starten. Also noch ein neuer Versuch. Noch 60 Sekunden. Noch 20 Sekunden. Noch 15 Sekunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Start. Soat. 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 Raum zur Wende hier, über 10. Untertitelung des ZDF, 2020 Was macht ihr denn da? Ich meine auch nicht später, was soll ich machen? Das ist aber die Schuld. Das ist schon wieder gegen die Gefahr. Das macht irgendwie auch nicht gegen die Gefahr.